Die Augen des Grafen glänzten, als er sagte, hören Sie, die Kinder der Nacht, was für eine Musik sie machen. Mit Halsbäckerischer Geschwindigkeit jagten wir durch die Ente unsere Flinzgerissen. In einem Gefühl ängstlicher Spannung lauschte ich den immer näher kommenden Geheulen der Wölfe. Manchmal war das Genurren so nahe, als ob einige von ihnen direkt neben unserer Kasche dahin jagen. Musik Oh, junger Herr, müssen Sie abreisen. Wissen Sie, wohin Sie reisen und was Sie auf sich nehmen? Musik Musik Du kommst früh heut Nacht, mein Freund. Und der Brütscher stammelte, der englische Herr hatte es so eilig. Worauf der Fremde erwiderte, und deshalb wolltest du ihn in die Boko Wiener weiterreisen lassen? Du kannst mich nicht täuschen, mein Freund. Ich weiß zu viel, und meine Ferne sind zu schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt höre ich sie flüstern, leise lachen. Sie belauern mich, kratzen ungeduldig an der Tür. Und meine verzweifelte Seele. Mein Lieber Freund, mein Schade, das wird uns 10%. Das ist ein Schade, das wird uns 10%. Vielen Dank.